dieses kleine drecks ding und verdammt müssen wir jetzt das ganze haus abfackeln vielleicht sollten wir auch erst warten ist ja es regnet du bist du behindert scheiße mal jetzt sterbe ich auch noch es regnet ja gut hier prägen auch nein geht das mission jetzt ist nicht mehr ja ja die scheune brennt auch aber egal aber alle raus ich gehe mal kurz gucken du machst ja okay ich töte ane naja oder die die noch so ich glaube wir haben sie schafft irgendwie peinlich aber egal jetzt haben wir schon zwei leute gerettet wir können schon zwei leute hier ist noch ein feuerzeug sie meine information okay ich nehme uns mal noch ein paar fackeln mit und so so ich würde sagen wir sind hier ganz sauber durch ja das was wollte ich gerade machen ist egal okay ich bin bereit okay jetzt könnten wir werden ich habe auch noch feuerzeug ich gucke mal ganz kurz das ist die okay gut wenn wir jetzt weiter gerade auslaufen und am besten kein durchfall bekommen dann kommen wir auch noch ins gefängnis ja da präsen so ja der präsen warte mal da geht zur autobahn ok hier ist ein weg warum nehmen wir nehmen doch da vorne sind zwei krepper zwei krepper lassen sich krepper 0 um jetzt macht der boom hat doch kein boom gemacht aber der macht na komm jetzt macht boom hier sollten wir euch doch noch mal reingehen ok gut steht denn nun wirklich hier naja ja sagen soll es in zeit okay dann hör doch mal zu sterben da steht der todler warum drückst du denn auf den knopf verdammte scheiße ach so kommen wir immer mehr ich wollte dir helfen komm raus komm raus ich kann nicht die habe ich in einer ecke scheiße ich wollte dir meinen gefallen tun ich wollte die tür für dich aufhalten er tut mir leid dass ich dich umbringen wollte ich wollte dir die tür aufhalten ich stehe da in der ecke und du spawst immer zählen weiter okay scheiße ja wir wissen ja wie ich letztes mal abgelaufen ist so einfach fett party hart gemacht warte mal da ist ein spawn-dienster jawoll und ne scheiß Brücke guck mal ein zombie oh guck mal man bruchte gar nicht durch hallo naja ein Auto guck mal hier kann man rein ins Auto oh guck mal hier sind Trun oh in der Trun ist sogar was geiles drin Glacic Schiff von RL ich bin b jetzt wissen alle worauf du stehst was denn was habe ich ihnen gesagt ich sagte richtig ich stehe ich stehe nicht auf two girls one cup gleich explodiert ja alles egal sind kein problem für mich ich bin schlau als diese dummen dinger ich komme nicht die leiter also irgendwo gab es ja wir müssten wir müssten auf jeden fall wieder zur cafeteria und dort wo ist um eins gibt es einen bogen und ein bogen heißt meistens auch was ist das und ein turm heißt meistens auch das hier in ganz kirchen passieren ja beide das mühste hier müsste doch irgendwo die kaféterie aus einig generator rum lass da mal reingehen ich weiß nicht wo du bist immer den generator rum ich glaube ich mag jetzt hast du das ist der generator rum so ich geht schon und die block und ja dann mach mal kitchen und pool und ich mach mal alles und ja ok ok lang lebe deutschland hat sich nichts getan aber egal doch doch da ist schon redstone hinter weggegangen ja aber auf jeden fall sollte ich meinen sind wahrscheinlich die türen aufgegangen oder so hallo ist der zombie mann verdammt diese scheiß tür die generator rum ist abgeschlossen und fort ja dann gehen wir einfach mal dead inside ok wer block ich glaube das ist nicht beabsichtigt was immer kurz ich schaue mich hier weiter um was ist das denn hier ich glaube da ist das falsch etwas unterirdisches ich glaube da hat er sich verbaut ich weiß nicht hier steht dass ich nicht den button drücken soll ich glaube hier gibt ein problem was denn ich bin mir nicht sicher ob das gewollt ist oder nicht aber ich sehe auf jeden fall dass das redstone habe nicht weitergeht das ist da gestoppt wird durch einen block ich weiß nicht ob das gewollt ist oder nicht ich gehe mal kurz nachgucken mal kurz also soll ich hier einen button drücken ne warte mal so was gibt es denn hier noch kann man nicht denken dass das gewollt ist auf jeden fall ist hier sehr viel dead inside ich lass das jetzt erstmal aber sollte nachher der hallway nicht offen sein dann weiß ich woran es liegt im c-block eben da bist du da hinten er hat dich hast du jetzt schon überall drin nein 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 aber ich habe das hier gefällt ist passiert gar nichts passiert wenn du hier runterkommst da steht du not ich kann natürlich einmal rauf drücken auf jeden fall wenn du da drückst dann sollte irgendwas recht ich drücke einfach mal rauf kann ja nicht viel passieren was habe ich dir gesagt ja egal gibt es ein bit schweiz das ist ein bisschen das mal reingehen ja ok aber du musst nur noch schon was essen wo ist denn der c-block weißt du das der c-block war doch gleich da na den haben wir eigentlich geöffnet also den hallway ist der doppel-d-block hier der doppel-d-block aber c war hier auch ist dead inside also schätze ich habe hier irgendwo zu sein das auch dead inside hier ist doch c-block was c-block nein 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 ja ja hier da drin da drin ist c-block ja hier c-block für den zeit c-block aha ja ich habe eine spitzhacke aber ich weiß nicht ob wir da warte mal kurz was ist denn wenn ich hier bleib mal hier um hat sich was getan um mal so dann ist das ja aus und was wrong with this guy made Möchtens du 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 duu ist tot oh wieso habe ich eine blume ich hole mir kurz den button ich habe nämlich den button gefunden gehabt und null und abbauen den nudel ich mir jetzt wo ist er hin oh ich habe sogar zwei buttons hey dann versuche ich damit mal obwohl damit können wir eigentlich alles öffnen was geändert wenn du dir sagen gehen wir da drüben mal rein gleich mal was aufs Maul bekommen Info bei Jeromsky warte ich muss mal kurz mein Müll wieder wegpacken book of hope so hier open the door of the generator room to get some light in the buildings habe ich bereits oh fuck oh scheiße nein oh fuck da komm warte ich mal scheiße noch irgendwie rauskommen nein wie bin ich nicht reingekommen also auf jeden Fall Mario Kart Zombie Killer alles klar Zombie Ball ah wie kann ich denn hier rein Scheiße verdammt da Klo Schüssel okay warte 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 ja was ist denn hier alles brauche ich da was das brauche ich nicht das brauche ich nicht da gut ja warte warte wo bist du denn hin am Anfang immer noch am Anfang okay okay warte ich komm gleich ja okay gut ja ich seh dich ich seh dich ich seh dich yo ich verstehe jetzt komm ich hier nicht mehr raus lassen sie mich raus junger Mann ja muss ich auch wieder alles kaputt machen ach scheiß drauf wir machen jetzt mit Bohrer Gewalt was soll was soll guck mal irgendwie bin ich doch hier durchgekommen warte ich zeig's dir ich demonstriere es dir okay ah man irgendwie bin ich hier durchgekommen ist ja scheißegal happy tree friends ne echt keine ahnung ob ich bin hier durchgekommen weiß nicht genau wie dann war ich auf der dunklen Seite der Macht ja ja was soll bis zu Ende zu Ende zu Ende auf jeden Fall hier geht es weiter hier der Krieg war es kaputt gemacht sehr gut es wird so ein ton und hohen und mal hier ja wenn das nix scheint aber als wäre hier nix man scheiße diese zombies sie auch können sie uns mal eine minute verschnaufbar sie eben doch mehr für die steuer nicht book of hope ja 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 was bringt das book of hope hab's gegessen egal auf jeden Fall okay hier ist noch ein book of hope und das book of hope ein Doppelbett KM Nöhe also Hochbett wie auch immer Tja Baby Crazy Aaaaaaah mann Hey yo hier ist ne goldene Rüstung Ja 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 richtig 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 So ist es Wir sind überall book of hope wahrscheinlich weil die hier alle ihre zellen haben Boah leck mich doch mal Am Zykoli Hey Diese Dreckschweine Oh da andere Druckplatte Rauf da Ey yo ich bin im Block D Oh Hey Ey Ich glaube eh Hey wo bist du nur zu lang Ich bin oben lang und bin einfach rutscht bin ich hier drin Oh guck mal hier gibt es wieder Seife in den Duschen Wer wird die Seife aufheben Ähhhhh nee 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 nicht mit mir So warte mal warte mal machen wir erstmal hier Oh hier gibt sogar zu lässt Ah Fick dich unten schon wieder